Okay, jetzt kommen wir noch im Match. Ja. Oh, was denn? Und zwar Cactus Jack gegen Sting. Ich bin Sting. Ja, den alten Sting. Ich bin den alten Sting. Er will dieses Ballscout Anywhere Match. Wisst ihr noch, bei welcher Großveranstaltung das war mit dem Ballscout Anywhere Match? Ich habe Schmerzen im Arm. Ich war bohlen. Das hat ganz schön wehgetan. Ach, zu einem Weicheck. Ja, ich habe dich einfach wie gebohlt. Nein, richtiges. Quatsch. Ja. Ich habe ein Bowling-Cooping gebaut. Und wir mal Cactus Jack. Zwei Stück. Gegen Sting. False. Count Anywhere. Da ist eine Verzögerung, liebe Zuschauer, die das nicht kennen, weil das ist so gewollt. Also könnte man ja den anderen was vorsagen. Deswegen, wenn ich jetzt was sehe und rede, kommt das erst ein paar Sekunden später. Ich glaube, 30 Sekunden oder so. Oder 10. Beach Blast war das. Beach Blast Barcrum. Ach, du, guck mal. Ich habe gesagt das gerade. Okay. Beach Blast. Ich glaube, das war dann später. Bash at the Beach, oder? War das dann später. Beach Blast ist später dann zu Bash at the Beach geworden. Okay. Dann nehmen wir mich durch die Reihe. Erinner dazu. Okay. Stell ein. Das war ein False Code Anywhere Match. Gib mir einen Wrestler. Gib mir einen Controller. Gib mir einen Controller. Ich nehme Sting. Ich nehme Sting. Ich nehme Sting. Ich kann aber mehr nicht auswählen. So, Arena. War, glaube ich, dann Bash at the Beach. Bash at the Beach. Das ist das später. Nein, wir machen einfach Bash at the Beach. Ficken. Was? Ich will hier da wieder. Was? Was stand da? Ficken. Warum steht die? Das sind die perversen Games, der hier von Onkel. Warum kann ich denn? Show. Ficken. King of the Fist. Warum kann ich denn diese runtergeladenen Regen nicht nehmen? Was ist denn das für ein Quatsch? Bash at the Beach. Hier ist es doch. Mensch. Die machen das richtig original jetzt. Langsam. Ja, Einzug ein. Und so. Langsam. Cactus Jack. Wer steht da oben? Da steht was Neues. Vom 20. Ach, das hat er gerade geschrieben. Cool. Das Patch ist von 92 oder so. Bash at the Beach. Cactus Jack gegen Sting. Ja, gut. Das ist nicht Beach Place. Das er sich so gut auskennen. Er hat aber schon noch gerade gegoogelt. Und du siehst einen aufhören. Noxy sagt, du hast. Du wusstest es. Du wusstest es. Der, wie viele Rollen hat der? Drei. Vier. McFoldy, Cactus Jack, Mankind und Dukla. War das nicht? Drei. Cactus. Ich finde das geil, dass die hinten immer noch die Live-Videos drin haben. Der Mankind hat auch mit dem Undertaker mal so ein Heizensmatch gemacht. Das war auch geil. Da haben die sich die für den Heimsenskalei geprüftet. Das war cool. Der Undertaker hat alles mit ihm gemacht. Der hat auch viele Matches erfunden. Sagt mir, das war alles Undertaker-Sidee. Dann gab es auch diesen Leichensack. Das ist Helden des Sel. Oder wie, wo der gegen die Persona gekämpft hat. Alle gegen Undertaker. Wo die den mal mit 15 Wester, die verprügelt haben, auch angezündet haben. Hat er auch erfunden. Das ist der Quatsch, der Fluch. Du hast Geistern. Nein, nicht das du kannst. Du kannst sie ja vielleicht irgendwo eins. Draußen vor der Tür, deswegen habe ich gefragt, da Tür ist kein Wasser. Mann. Ich war nicht draußen vor der Tür. Ich war hier neben dir. Lop didn't dress me groß geworden. Dann hatte er ab 2008 keine Lust mehr auf dem Kran. Draußen vor der Tür. Warum ich das gar nicht weiß, mein Opa hatte knapp 30 Fahrer. Dann hör ich mich nicht mehr. Was ist denn auch so von der Tür ist jetzt hier? Ach du, das Geräusch warst. Was für ein Geräusch? Das ist ja, wie der Controller vibriert. Was ist denn für ein Geräusch, Onkel? Ich meine. Ich habe kein Geräusch gehört, aber gut war es. Ich dachte, der verarscht mich jetzt. Soll ich mal vor die Tür gucken gehen? Auf die Katze leid. Soll ich mal gucken gehen? So kommt die reingespüren. Der hat nämlich drei Katzen hier. Ach, geht schon los? Oh, hast du nicht hingekommen? Nein, ich habe auf die Katze geguckt. Oh, tut mir aber leid. Ich habe nach der Katze geguckt. Krass, er will die niemals erkennen als Ding, wenn er jetzt ein Ding wird. Komm, mach da mal was. Oh, das ist doch mal so eine Katze oder irgendwas. Ah, okay. Aber macht ja nichts, oder sollst du verscheuchen? Die pisst mir sonst in den Laden, Mann. Ach so. Wir haben nicht genau so eine Katze, die bei ihm pinkelt. Ich finde sie gleich verweilig. Nein, das ist kein Witz. Unsere, die sind auch ein bisschen gut. Warum bist du denn mit Paddle-Legger gespielt? Das ist ja wie leh im Spiel. Ich bin gleich vorgegangen. Ey, der ringt gleich da, guck mal sich für Uniform anhand. Uniform. Uniform. Ja, da war das noch alles anmacht. Ach, komm jetzt. Er blockt auch jeden Scheiß, Alter. Der, 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 der immer so richtig brutal war, ne? Das ist Kick, das schon, ne? Ja, der hat auch Stahl hier diese Kämpfe mitgemacht mit Stacheldraht und sowas. Das ist echt krass, ja. Ich bin gleich der Witz. Ich bin gleich der Witz. Komm weg jetzt. Schick die Hände hoch. Ja, da gibt es die Bündner, da noch zu gehen. Da kam die Todeshandlung. Mann. Ich helfe wieder rein. Ach ne, du konntest mich darauf achten Jo, aber jetzt hast du es draus, ne? Ich finde das, wenn man zu zweit auf Konsolen ist alles schwieriger im Konsolen finde ich, hier bist du aber besser Kann ich raus spielen, auf dich? Man ist nicht in der Lage, bei so was die Ringsäule zu spielen Oh, und ich? Oh, ich dann mal auf Kann ich den jetzt, wie kann ich den jetzt da hinstellen? Lehn in Kreis oder was? Ah, cool Nee Ach, komm Würde ich gar nicht sehen jetzt grad Was machst du? Nix, ich wollte dich Ach du, hau ab, renn Ich kann nicht lesen, ich kann nicht lesen Leider sind diesmal sehr viele Westländer Leider sind diesmal sehr viele Westländer aber ich bin nicht dabei Was? Aصめて ich aus чистberuflich rein? Ja, aber so sind die Leute Das sind die haltelbe So, was willst du denn damit denn? Ja das ist, ne? Ja das so aaa, das ist die Stimmung Korn Orpacu ach komm ich bin doch nicht umgedreht dass die Abbau ich muss den Körnern machen Rauhau aber nicht mehr das sind aber ich weiß es ist das klappt wenn es klappt wenn es klappt und ja es klappt ich wollte dass du da durchplatzt wieso platzt nicht natürlich kann ich deinen Kopf einkleben? ja der tut so gut der ist so schön wie geht das jetzt? hat das geklappt? du musst nur rauskommen oh ja das ist aber zu Hause das klappen ich wollte es doch wieder wieder eingehen klemm doch jetzt mal ein verwerfen so ein Aktion ich wusste nicht ich wusste nicht ja ich wollte mich dann mal ganz kurz gucken was passiert wenn ich mich auf dem Schiff nein oh oh schön geblockt oh oh ach guck komm oder steht was langes ja was können wir? was können wir? wir können mal wieder ein Game zusammen zocken macht mit euch bestimmt Spaß zusammen zu spielen wer ist das? ne ne ach so her, sauber komm weil darf ich hier irgendwann nochmal arg spielen wenn der Server zulässt bam mit einem Bluten unter meiner Maske ja ja das ist gut ja das ist gut hier ist fast gut hier du bist mit einem Stuhl er ist ja total fertig mit der Welt jetzt schon komm Sting komm Sting komm Sting komm Sting komm Sting komm Sting ach man es zu kotzen ich brauche noch stüge hier vor den zweiten Stuhl kleinen Stuhlgang Kuhl immer so moderaten ach komm ich rauf hinzu und er macht uns oder nicht ach ich hab doch gedrückt er macht mir das nicht das ist ein Bödes ja meiner ist bewusstlos dass mich gestuhlt lange lebe der Stuhlgang meiner Haut der trifft auch nach hinten das ist das ist echt der Wahnsinn mit den Jungs klemm dich jetzt ein ja der macht einfach den Stuhlgang auf den Stuhl drauf dann tut er weh in den Stuhlgang ja 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 14 15 es hat und zu erlangen das die die 4 4 ich bin ein 4 die Bilder aber man ist zu hören oder mit beiden mein Charakter diese Schmerzen ich habe die Stimme so zu holen Heidelberg wie der Kummer ist so vor der Räsen nun schlussendlich sie ach komm du blockst halt jeden scheiß oder Sting was machst du von der Pflaume!? Ich bin sleepy bin ich nicht Sting Sting war gestern da habe ich schon so Pakete ich habe den Wasser fast die ganze ehemalige sie haben die Führung und ja ich hoffe ich hoffe ich hoffe ich bin ich würde gerne einstecken wenn wir uns sagen wir mal mitbleiben. Kann man ja jetzt 5-Mann-Team-Battle-Mode machen. 2 bis 5. 2 oder 5. Jetzt hat man kein neuer kommentiert. Bis jetzt braucht es das Gewinnspiel nicht, wenn man wiederholt. Und ist es auch mitgekehrt? Ja, klar. Krass. Ich finde sowas cool. Mach mal was. Ich drück doch, aber der macht nichts. Der macht nichts. Ich weiß nicht, welchen Moment ich drücken muss. Das ist total komisch. Der kann nichts. Der ist voll fertig. Auch wenn ich richtig drücke, im Moment steht zu früh. Zu spät. Komplett langweilig. Das ist früh schon wieder. Der sollte machen, wenn man er total erschöpft ist. Das ist weil diese rote Balken total weg ist, wenn der ganz Geld ist. Das bin ich total im Arsch. Das bin ich total im Arsch. Das bin ich total im Arsch. Im Arsch. Vielleicht braucht ihr einfach nur ein Bier. Dann geht's dann. Na komm. Mein Gott, das dauert das Land, so hier immer die Scheiß-Prozenten von hat. Das ist Wahnsinn. Zu früh. Es ist alles so früh. Es ist alles so früh. Es ist alles so früh. Da noch die sauber. Der steht aber auch nicht mehr auf der Kern. Ich habe gerade noch nichts getan. Ich habe da noch nichts genommen. Das hat da auch mal liegen. Na ja. Aber wenn er so fällig, dass der gleich, wenn er den angekratzt hat, der ist so da, du wirst los. Oh Gott, der Hammermann. Der Hammermann. Wie soll, was soll ich denn noch machen? Meine ganze Energie, ihr seht ja den roten Balken, der ist komplett gelb. Und wenn er gelb ist, bin ich dran am Arsch. Deswegen kann ich auch nichts. Hey, du kannst bleiben. Ja, selbst das geht nicht. Dann schwingst du mal. Ja, aber ich stehe immer zu früh, das du nicht. So. Ja, warum kann ich mich? Ach komm, yo. Guck mal, wie verbeult meiner ist. Warum kann ich denn keinen Blick machen? Nein, nein. Na, der ist noch mal. Oh, ich habe mich noch mal. So ein Scheiß. So ein Scheiß, was geht da hin? Du musst dich erst auf den Nürnberg wiederholen. Ja, fuck, jetzt kann ich noch kommen. Ja, ich habe den Hammer getanzt, ich habe mit dem Hammer getanzt, ich habe mit dem Hammer getanzt, so. Ach, Mann, nein, sollte das jetzt wirklich gut gegen den Scheiß-Tisch mein Untergang sein? Was? Nach der Block alles scheißer-Kerl. Das ist doch wiederholst du. Na, der ist da drin. Guck, diese rote Leistung ist, die bin immer so angeschlägt. So, guck mal her. Wann wollen wir mal eine Institution des Matches? Ich bin neul Name des Wahnsensens. ha gib den Scheiß auf hier komm jetzt sei mal ein Mann ja genau ich hab keinen Kommentar dazu also ich hab einen Hammer er nimmt den Hammer zaut er mich 20 mal weiß ich ob das Ding so schwach war damals eigentlich nicht komm mir aber so vor ich komm nicht raus ich kann nichts drücken wenn mein Charakter sagt der Onkel darf alles machen was du willst ach zu früh ist das sein Finisher vor dem Blut BAM oh das ist schon ein Bumbo so so geht's weit ne will ich nicht kam nicht raus ne die habe ich auch verloren jetzt habe ich aber die Packung bekommen ja das war jetzt echt ne Packung das war echt ne Packung das war echt die Packung des Jahres ich merke hab schon doch mal kurz ja das war jetzt irgendwie komisch das ist ja nicht verhaut hat nicht geklappt mit dem ich konnte mit dem Sting nicht umgehen das war einfach zu wild noch mal kurz ein noch mal ganz kurz ein Hinweis zum Gewinnspiel was läuft heute soweit zwei zwei Keys zu gewinnen die Frage ist äh mit wem habe ich heute soweit die Storm Warning Edition Let's Play und die Antwort dahin bitte an diese E-Mail-Adresse die ich gerade gepostet habe so und später wenn wir dann bevor wir aufhören machen wir hier noch eine Auslösung mhm das war ne blöde Frage kenn ich immer so ne Random Page wo man hier so die Namen eingibt und dann kennst du so ne Zelle ja ich kenn jemanden und zwar Google vielleicht weiß der das ja wo man hier diese Namen so durcheinander aufkommt vielleicht weiß Google das so das wars hier steht ach nee wir sollten ja jetzt noch ein Match machen mit beiden den Controller nee falschrum wir sollen falschrum gegeneinander falschrum gegeneinander können wir dann nicht erst noch ein paar Bier trinken und das dann machen dann habe ich auch mal ne Chance nein du hast gesagt das soll ja so sein ja aber ich dachte eigentlich dass wir uns den Controller teilen aber doch nicht so zocken doch alter doch dann stellen wir einen da dürfen wir seine Wunschcharaktere nehmen ja ja die Zuschauer hallo und dann darf man euch sagen wenn kein weiteres Match kommt spielen wir mal eine Runde Mortal Kombat ja was sagt ihr dazu sagt ja was auch das schreibt ja sagen bringt euch nix wenn kein anderes Match kommt dann zockt man gegeneinander ein bisschen wo du kommst ich glaube das ist das einzige was die anderen weißen ja weiß ich kann ja mal durchgehen aber da unten hat so viele Games ich hab schon gesagt wenn der nachher nochmal auf der Toilette ist werde ich ein bisschen einkaufen einglauben was ist denn da ganz oben drauf nochmal gewesen wo ach Uncharted die ja der ist aber auch ein Single ne hm was hast du denn noch die H3 3 geht auch glaube ich auch nicht doch das geht multipliert aber nicht an einem Bildschirm naja weil wir sind die ganze Zeit zusammen im Raum doch das müsste gehen naja aber das wäre halt so doch da könnte man ein Portal machen so was haben wir denn hier wwe zufallsgenerator ach so was wwe zufallsgenerator ne also de ohne Leerzeichen ah alles da gut so verlosen wir da mit mal ein bisschen bis zwei Match drin oder so dann brauchen wir nicht zu verlosen dann sag mal einfach den Arm an ok normal Match ne spielt dann das Ding auf jeden Fall eins gegen eins und jetzt mit verkehrt rum Controller so wen nimmst du ich will den Leuten was bieten die haben ja noch nicht so viel gesehen dann würde ich aber du meinst nicht zu braun Armbeteilern ja ja nochmal Triple H ah na den alten Triple H das wäre schon mal gut was hast du genommen? Triple H der welchen? ähm welchen? den alten du bist zum Beispiel weißt du mein ja 14 ja man nicht schon hinzufügen nein doch ich will Menschen haben wieso der Frau sich weißt du mein ja was war das 14 oder nicht? ja man nicht schon hinzufügen nein nur nicht nicht die Ehe ohne die Ehe die Ehe ist Deutschland ach so WWE Zufallsgenerator NE die Deutschen haben sowas noch ok ja du wolltest solche Challenges haben wir das Ende gekriegt Leute das wird das erste und letzte Match heute Abend weil wir werden Niki jetzt zum Ende kommen ich weiß ja gar nicht wohin wir laufen warum? nicht warum ey Trustcharm hat Call of Duty gezockt mit falschem Controller und hat gewonnen das werden wir aber auch schaffen wer hat das gezockt? Trustcharm ja aber das ist so einfach was sagt ihr eigentlich Trustcharm? ähm warte arbeiten die sagen dann kommt da bestimmt rein genau da wo das ich kann ja mal abchecken die kommen dann genau da rein wo das Match machen und sagen wir haben abgeguckt aber wir sagen ja eigentlich die ganze Zeit dass das auch von denen das auch die das gemacht haben ey das da guckt nicht ich guck doch ich guck hier in der Schau 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 nlg immer schreibt Lifetim hat ja auch schon mal jemand Lifetim geschrieben Das hast du schon mal gesehen, ne? Oh, du hast mich mit dem so fertig gemacht, deswegen nimmst du den, ne? Ah, ich stehe da nicht gleich mit. Mach mal kurz gucken. 31 auf, ach ja, das ist wahrscheinlich das. 35 auf, ich will schon wieder her, das nicht vergessen, ne, das nicht vergessen. Ich finde das echt cool, dass ihr so alle dabei seid. Ich hoffe, dass ihr auf jeden Fall noch ein paar Freunde mit einpackt. Mach bei dem Gewinnspiel bitte mit. Und ihr wisst ja... Unhöflich, ich hab sowas von. Der ist unhöflich. Warum? Ich hab geguckt, ob der hier... Nee, du hast schon wieder Wortschreppen gehört. Ich hab's immer gesehen. Ja, auch, weil der auch nacklich war. Aber ich hab geguckt, ob der Chorstar irgendwas geschrieben hat. Ja, auch. 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 Ich muss ja auch antworten. Du musst dir die Kontrolle auf Haltung nehmen. Du brauchst gar nicht so anzufangen. Okay. Jetzt wird sich auch sinnlos eingreifen. Ach so, das dauert ja noch. Ich brauch noch ein Bier, damit ich das verkauft habe. Dann machen wir gleich einen Handstand oder sowas. Dann bin ich gewünscht du, weil ich kein Gewinnspiel. Leute, sag der Onkel so einen Handstand mal. Oder steht da oben? Du, Controller. Ach, die Controller. Haltet mal die bisschen höher, die Controller. Ach so, der will sehen, ob wir die auch im Bild so haben. Nein, da kann man nicht die ganze Zeit so spielen. Das geht nicht. Vielleicht wo muss man denn die halten? Aber so halte ich die so verkehrt rum. So spielen wir jetzt. Du sollst aber jetzt echt zocken. Der höher. Nee, so halten. Ja, aber ich kann's nicht die ganze Zeit. Ich dreh's gleich so. Aber ich werd's nicht umdrehen. Also ich bin da schon ehrlich. Werden wir dir auch merken, weil ich fluch. Das Stimme ist, ich werd mal jubeln. Ich werd jetzt viel jubeln. Ja. Ja. Weil ich x drücken würde. Dann kommt einer raus. Ach, damit muss ich lenken, ne? Jetzt darfst du nicht umdenken. Jetzt lässt du den Controller so. Ich mach's jetzt auch nicht. Jetzt musst du dich reinfitzen. Reinfitzen? Was darfst du für neue Wörter erfunden? Reinfitzen? Oder sagt man das in Thüringen? Ja, ne? Hörst du auf, da rum zu fitzen? Ich zeig doch plötzlich den Controller auf euch, aber ich mein. Der macht grad seinen Eier-Tanz. Kannst du das auch? Ja, mach mal. Damit das man auch sehen kann, damit ihr auch nicht schummeln könnt. Ja, du musst die Kamera nicht machen. Ja, sag ich so. So, geht schon. Kann ich nicht, mein Bizeps ist so groß. Ja, ich weiß, da kannst du nicht mitreden. Kleine Fettkirche. Fettkirche. Was? Nein, da kommt der doch raus. Entschuldigung, wo ist der jetzt x? Ja, da geht's. Ja, da geht's. Aber wir können gar nicht blocken, ne? Du kommst ja gar nicht da dran. Doch, irgendwie so. Ne, keine Ahnung. Ja eben. Oder mal hier. Ich weiß grad nicht, was ich machen soll. Oder? Ja, wo macht ihr das nicht? Ja, super. Ja, das ist jetzt so. Ja, das ist jetzt so. Ja, ich drehe mich mal auf. Ja, R2. Ich weiß gar nicht, wo R2 ist. L1, R2. Also, das ist also eh. Ich spiele schon Jahre, aber das ist R2. Also, das ist hoch. Das ist hoch. Ja, du kannst doch damit spielen, ey. Weißt du, der macht das jeden Tag. Ach komm. Das ist ja kein Vollkorn. Okay. Wir müssen rein. Wir werden ausgezogen. Warte mal, wie geht's jetzt rein? Ja, geh rein. Lass mich in die Ruhe. Wenn man nachher verkehrt wird. Ach, ich bin drin. So, also, das ist nach. Da war ich bloß noch. Da, und. Er hat's da. Mann, da dreht sich die. Oh, schei, ich sag's doch noch. Ich versteh das nicht, dass... Warte mal. Ja, ich warte. Oh, Leute. Was steht da oben? Die lachen sich kaputt, ja, da glaub ich, ey. Mann, das ist echt ein Jubel. Mann, ich kann die blocken. Wie geht das? Hier hinten. Da, mit kleinen Finger. Ja, mit kleinen kleinen Finger. Ich hab nur einen großen Finger. Ja. Wie hast du geblockt? Ja, geblockt halt. Mit X. Fetz. Verarsch mich nicht. Das ging. Bah. Das war der Shawn Michael, der Superpin. Was? Warte mal. Ach, scheiße. Mit X finde ich nicht. Dann wackelst du hier, dann machst du voll da weg. Ich versuch grad mit zu fieberen hier. Ja, ich hab einen übelsten Move gemacht. Ich werde es einen Arm umwickeln. Kannst du jetzt nicht verlangen von mir? Warte mal. Wie geht das? Du bist doch gar nicht dabei. Ich bin doch gar nicht dabei. Ich bin doch gar nicht dabei. Ich bin doch gar nicht dabei. Ne. Ne. Wo ist dein Neppel, Dave? Ich will den Neppel nicht. Jetzt lass los. Da geht noch einen Sack. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich muss ich... Ich muss ich... Und wieso? Oh, nie wieder Leute. Ich schwör. Ich kann so nicht spielen. Ich kann so nicht arbeiten. Ich kann so nicht arbeiten. Ja. Ja. Meiner steht auf. Was ist das? So, es kommt sowas, ne? Ich drücke mal zu spät, wenn ich gleich noch Finger ausfüllen muss. Ich weiß nicht. Wo ist denn der Neppel? Mann, ich will den Neppel nicht. Boah, mir tut sich in der Arm weh von dem Ding halten. Du hast Bezels, ne? Du hast Bezels, du. Ja, ja. Vom Halten. Boah, ich tu den auch wieder. Er zappelt mich durch den Ring. Ich muss. Ich muss jetzt hier... Ach, ich muss ja hier laufen. Ah, ich muss ja hier laufen. Ah, deswegen funktioniert nicht. Na super. Na super. Ja, na klar. Jetzt macht er ja noch so ne Scheiße mit mir. Weil ich hab keinen Anruf in den Wurden. Ah, ich kann nicht laufen. Ich kann nicht laufen. Jaa. Ach, komm, komm sofort. Da steht was Grünes. Happy Boy, give me, Fruinth, Chris. das ist die ich hab dich ich glaube ich bin hallo herrn wir versuchen gerade verkehrt um Westen zu spüren die Säle Stiebe und Säle Schüttel die Hand die Todeshand was guckst du dringend So ein Beatsens hast du ja der Kontrollerschwärmer. Nee, das liegt vom Bullen gestern. Ach, das liegt vom Bullen. Wie heißt dein Deutscher? Junge, Junge. Junge, Junge, Junge. Ja, warte doch mal. Für Wasser rein. Ja. Das krieg ich noch hin. Ja, dann merke ich schon. Wo die Tast sind. Ja, ich würg dich zu Tode, aber ich will dich gar nicht zu Tode würgen. Ich würd eigentlich so einen Gang nicht machen. Ja. So klappblocken. Die ganze Zeit war ich nur Scheiße dran, aber jetzt... Geh jetzt nach Meiko Tode, Alter. Ich werd dich zu Tode kontern. Nein, der Fresser. Ach, mal der Rettverkehrte Richtung. Nein. Dein Richtiger. Oh, du kleiner Drecksack. Oh, war das schon dein Finisher? Ja. Wieso? Nein! 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 Oh, fuck! Mach ich doch auf! Ach komm, der kommt doch sofort wieder raus, ey! Ach komm! Ach komm! Das war kein Absicht! Ich hab mich verdrückt! Haha, jetzt kommt er nicht raus! Scheiße! Äh, Drecksack! Wieso krieg ich keinen Finisher zu sein? Machst du? Keine Ahnung! Ich hab dich da hochgekommen! Soll ich dich wieder covern? Dann ist das lieber! Ich muss ein paar Power Moves machen und hol meinen Finisher an! Hallo! Hey Maxi! Ja? Ja! Erstmal den! Erstmal den! Der sagt Hallo! Du sagst Ja! Achso! Hi! Ich grüß dich! Danke! Wir haben gerade ein Gewinnspiel laufen, Mixi! Mixi! Ist gerade alles verdreht! Wir wissen doch jetzt hier gerade konzentriert sein! Wir halten die Controller-Richtierung, wie man sie benutzt! Nein! Du hast den Finisher gefinisht! Wichskopfdreck! Was? Wichskopfdreck? Ja und das Gewinnspiel saß gleich nochmal ein! Sieh man das eigentlich so? Habe ich den Controller noch hoch genug? Du hast ihn oben! Du hast ihn! Du hast ihn! Aber ich bin so und so und dann... So und so und so! So und so! So und so! So und so! Genau das wollte ich machen! Das darf ich! Ach komm! Drecksack! Boah! Das kann kein Mensch so was! Warte! 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 Nee so! Jetzt muss ich... Hallo! Warum macht ihr denn das nicht? Sag dann! Ach komm! Meiner ist schon wieder am Arm geschwächt! Falsche Richtung! Es ist sinnlos! Boah! Wunderschön gemacht! Boah! Kommt der noch raus der Sack! Lass mich doch mal jetzt ruhig! Kommt der mit seinem kleinen Duffer Körper noch raus! Aaaaah! Boah! Boah! Bodyslam, Junge! Bodyslam! Malher! Wolfgang? Sack! Da geht's noch mal! Das ist schon immer nicht gelöst! Weiß darüber! Was ist alles schon cool? So, du hast es eigentlich geschwächt! Das heißt ich müsste nicht eigentlich... ...dürfen... Todesendorfer! Na ha! Na, wieso?! Du fust! Du fust! Du fust! Du fust! Du weißt genau was ich drücke! mit sagt Prozent bis wohl muss es mal mehr geben nicht vor Kloppen und ich will danach mal mit Unkern ein Kontrollerspielen das wird auch heute wünscht euch das wünscht es euch wie unterm Weihnachtsbaum. Einfach drunterlegen. Muss man so einen Halswirbel ein bisschen rausrenken. Soll kommen wir hoch mit dein Kattava löschen. Ach, jetzt macht der wieder hier so einen Hypermuch. Ach komm. Ich weiß, Rau, nicht, du wirst du gesteigen von hinten, du kleiner Perversen. Ach, hör auf. Oder jetzt muss ich da hin. Du musst sterben, das Ding. Komm, los. Komm, 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 komm. Warum lädst du denn nicht? Ach komm. Ach komm, Junge. Ach man. Ja, steht schon wieder auf? Ha, ich habe nämlich... Der Ring geht auf meiner Seite. Oh, oh, ist es deiner gewesen? Ich mache es da hin. Ich habe keinen Steine glauben. Ach, jo, man hat schon wieder bewusstlos, drei Stunden. Drei Stunden, fünf, vierzig Sekunden. Da steht was, guck mal, ich lese noch so viel. Alter, Kontroller fällt rum. Ja. Nee, das ist richtig so, hier sind so. Sind die neuen. Oh, mich juckt's. Weil mir wird warm. Ich muss mich gleich mal ausziehen, wieder. Okay, du musst echt in den Wechsel ja auch. Hä? Ich habe gar nicht gedrückt. Und dann, aber wie war das jetzt? Was ist die Taste? Was ist die Taste? Die Taste? Hallo, hallo, geh doch mal in den Ort. So macht ihr das nicht. Weil du tot bist. Mann, der trifft auch jeden scheiß Sprung. Du alter. Der Lachter. Uuuh. Mann, ich krabbel wie so'n kleines Eichhörnchen. Steh auf und zeig mir, dass du Mann bist. Was? Batz! Ach, scheiße. Nee. Ach, geh doch mal. Ich will, also macht der immer seinen Finisher. Nein, aber. Oder kann man in Finisher. Echt, hast du wieviel das denn du? Ach, dein ist ja auch nicht gut. Hast du ver... Ach. Hast du dir gar nicht gedrückt? Ach, ich hab' doch gedrückt. um so zufrieden wo auch immer mehr hier die hälfte rothbräcke ach komm jetzt kommt er mit sowas hier an Meister Naja zählt gar nicht hochkriegt Ich versteh's nicht Du musst die richtige Töchter umbringen Fuck! Wo ist das Duo 4? Keine Ahnung, ich hab einfach mal gedrückt War viel geiler jetzt Ich bin grad voll verwehrt! Wo muss ich denn hin? Ich bin voll aus dem Konzept, ich bin am saften Was? Ja Was steht da oben? Nichts! Wir halten die Controller richtig Was soll es vielleicht? Was? Weil es soll ja nicht so leicht sein Aber Controller falsch Was? Das ist cool ein Controller Ach, der Quatsch schließt und drückt noch die richtige Taste Das ist cool ein Controller aus Legende Aber Controller falsch rum war ja so gut sein Was? Nein, das war ein Challenge Ihr könnt Wunschmädchen machen und haben sich gewünscht dass wir die Controller verkehrt rumhalten Das war doch grad wieder eine neue Challenge du Döde Ach so! Ach jetzt kommt der auch schon mit WoPoE Du alter WoPoE Du alter WoPoE Sag mal, du sag mal Was? Wir sollen Das heißt wir sollen zu zweit einen Controller und den Controller falsch rum Alter! Alles gut, da kann ich mich konzentrieren auf meine zwei Tasten So muss ich, habe ich mehr Tasten Also eigentlich ist es leichter Du hast aber einen richtigen Tag Nee, ich bin doch der Kämpfer Ach, das gibt's doch gar nicht Du kannst, ich hab dich doch schon bearbeitet mit diesem alten Clown Und trotzdem kommt er noch aus allen Scheiß raus Mann! Ich will jetzt das Matchband, deswegen cover ich so viel Und meiner rennt schon wieder die verkehrte Reh in den Himmel zu Was machst du denn? Du sollst den Ringrichter nicht umarmen Mann! Jetzt mach mal ein menschliches Cutten Boah, der kommt immer raus, der Onkel Ich hau gleich deine Brille an, damit die beschlägt, ey Oh Mann! Boah, schöner P-Move Wie bist du? Ach, das ist die schlimmste Attacke, die ich drauf hab Der Halswirbelverlenker Ich sag, der muss man massiert, wenn Einem Kontrollverlust Ja, das ist ja Mit seinem Bindensort, den Kamen im Halbzeit Ach, das gibt's nicht! Die Felder sind so klein Ja, das ist gut Ja, das ist gut Ja, das ist gut Wenn's gut, wär, da hätte ich schon gewonnen Mein Fremsker und Kommerzen Ja, so gut so Ich muss, ich muss jetzt, also Ich muss jetzt, also So Hoch Oh, der wirkt erstmal wie so'n geistkranken Zombie, ey Ach komm, jetzt kommst du wieder raus da mit deinem Kadaverlatschen, hau ab! Mach doch was! Ach, jetzt kommt er wieder hier mit so'n Neckbooms da Lass mich in Ruhe jetzt, geh weg Das komm ich Ja, weiß schon was ich meine Hallo Irgendwie fasst du wieder mit seinen ganzen, äh, gründlichen Talenten Bah, schöne Karotte Ja Ja Boah Oh fuck Der, ach, falsche Taste Hahaha Und erstmal das Bein bisschen umknitten hier Oh fuck'n Ja, jetzt komm Das muss jetzt sitzen hier, den alten Otterkon hier Da steht ganz viel wieder Ach komm Die ganze Zeit kann ich dich bemutern Die ganze Zeit kann ich dich bemutern, ne Ach komm Jetzt aber Jetzt aber Jetzt aber Hahaha Neiiiin Habt ihr den Pinsel gesehen? Ich war so leck mich an der Socken, ey Oh man Ohne Witz, ey Das ist ja spannender als ein Turniermatch, ey Ah, ah, warte, wo muss ich denn drücken? Geh weg, geh weg Scheiße Was machst du? Falsche Taste Was? Wo sind wir? Geh ins Spiel rein Warte, warte, warte Du rück die Rückwärtsdaste Guck mal, die sehen das Spiel noch bei dir Ja, warte, warte, stattdrehen Warte, warte, stattdrehen Warte, 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 warte Warte Hör auf zu schieben Ich wusste noch mal kurz Nein, du wusste gar nichts Lass mich raus Ich hab meine Tastenkombination verloren Jetzt hätten wir vielleicht nur das mit schnell standen müssen Wir hätten auch nichts Ne, hobe Das siehst du ja Das siehst du ja Guckst du mal kurz die Kontrolle rein Au, was ist das für ein Griff? Wunderlich Ah, Silas, hey, Grüße Meiner ist bewusstlos Oh, ich hoffe du bist jetzt tot, ey Ja Nein, es gibt's nicht Wie machst du das? Du, du bist doch die Kontrollerschnürung Ja, Junge Um, äh Sind sich da kann das nicht so gut Um, äh Um, äh Da fehlt nur das hier So Drücke bitte jetzt Ich kann mehr, ich Boah Onkel Was? 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 Der safte, der Der, der, degert, der, wie bei der Rudolf Nase Kräbchen auf der Buchse Soll es mich, ich muss dich anfassen Da musst du dich anfassen Man, der schon am bluten, der schon schwer verletzt Oh Mann, der so scheiße der ist tot, der ist fast gelavt damals sagt er noch Amen ja, Houto Survive Stormborn ja, genau also, gewinnen gibt's Houto Survive 2 Kings ja, also das Spiel ach komm jetzt, Leute, das gibt's doch gar nicht guck mal, meiner regt sich auch schon auf da gibt's das Publikum da hinten, der hat gerade gesagt, bist du? oh, kann man scheiße ich kann aber auch nicht scheiße nochmal kommen ich will jetzt ich hab den John Michael schon 200 Mal aufbogen ich hab mindestens schon ungefähr 6 Tage im Finischtüge verbracht aber trotzdem kommt der immer noch raus ach, jetzt schlägt der mich auch noch mit seinem kleinen Ärmchen ja, warte mal, baff ach komm, ist das der Finisher wieder? ja, komm jetzt aber, jetzt aber naja, scheiße boah, ich ziehe die boah, alter Schwede ich bin nass geschwitzt, ey wenn ich hier fertig bin, brauche ich eine Therapie, ey also, nochmal für die, die noch nicht stark gewesen sind es gibt ein fast ein Mess es gibt zwei how to survive zwei Keys zu gewinnen und zwar müsst ihr einfach los an der folgenden E-Mail-Adresse, die ich jetzt nochmal in den Chat reinschreibe let's go to the Highlights here 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 hab ich jetzt richtig geschrieben, weil ich mich gedacht, die vertippt hab äh, an folgende E-Mail-Adresse, die Antwort schreiben mit wem hab ich how to survive the Storm Warning Edition let's play so das einfach an die E-Mail-Adresse als betreff gewinnspiel und dann oder auch nicht boah, jetzt will ich mit dem zusammen was machen, mit dem Umdrehen, boah, das wär geil ja, und falschrum ja boah how to survive Storm Warning nein, das Spiel ging jetzt eigentlich bei den Windspielen jeder Zuschauer, ihr seid die Bestie boah, ey, das hat mich jetzt vollfällig gemacht, weil ich hab den die ganze Zeit bombardiert und man macht ihr Krall ja, was ist ja, dass so ein Zitzel ist, da ist noch rausgekommen das ist, da hab ich von uns gewiesen, dann rausgekommen ich hatte den kleinsten, oder? mhm man, den Pitzel, weil ich krieg mal Pitzel oh Gott wie ich rausgekommen bin, verschluckt ihn hier auch wo ich grad Kreisgetrechte ich hab den Kleins ja, okay, wir stehen dabei nee nee, hast du gesagt nee nee das ist eigentlich wirklich Zauerei Wahnsinn, ey, das war ein Match, das hat mich jetzt ich halte die Kontrolle einfach noch falsch ich halte die Kontrolle einfach noch falsch ich halte die Kontrolle einfach noch falsch da sind grad drei dazu, komm, sag das nochmal mit dem Gewinnspiel weil da sind jetzt drei noch mehr dazu ja, ja, drei dazu noch gekommen, ich hab doch gerade... nee, da waren 13, jetzt sind 16 okay, dann muss ich mir nochmal das Gewinnspiel ansagen und zwar die E-Mail-Adresse, die ihr jetzt dort findet, da schreibt die Antwort hin und zwar könnt ihr gewinnen, zwei also ne, jeder jeweils einen, natürlich tue ich nicht an eine Person, zwei Keyes verlosen das war ja Quatsch zwei Keyes für How to Survive 2 äh wenn ihr die Antwort auf Admin auf diese Ebay-Adresse schreibt und zwar was war die Frage mit wem hab ich How to Survive die Store-Warning-Edition jetzt gleich so das auf diese... das ist was Neues was seid ihr denn für zu... was? das ist so lustig das ist so lustig ich bin der Rivano und du bist... Onkel der wird den Kling Onkel bei dem ist immer wie so ein Frosch-Onkel kaputt 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 ja, genau boah jetzt zusammen den Kontrollern sein jetzt zusammen aber ich geb euch vorhin auf Toilette auf Legendär sagen wir doch die Klinge auf Legendär auf Legendär ach so dann geh doch mal pissen hin ach so, ja dann unterhalten was nehmen wir denn für einen Wrestler Alex oder Andertäcker warum fragst du mich dann? ich hätte einen Andertäcker noch ne lass doch... ne rennen die Orten haben wir noch gar nicht das ist doch dein Liebling natürlich das geht's jetzt falsch machen hier ist die Toilette ach ich renne falsche Toilette sorry ich renne zum Besuch ich kenn mich ja noch nicht so aus wo halt hier dabei sein geht ja auch nicht? ja außen man munkelt noch